Leute, willkommen zurück zu Minion Rush. Ja, die Mission ist 35 mal über Dinge springen. Und ich würde sagen, heute holen wir uns den Tiefseetaucher für das. Ja, er sieht richtig cool aus. Wir wählen ihn direkt aus und probieren ihn aus. Er sieht schon mal sehr cool aus. Er hat hinten ein Einhorn. Das ist wahrscheinlich von diesem Mädchen. Das hat ja auch so ein Einhorn. Vielleicht hängt das ja auch irgendwo. Weiß ich nicht. Egal, Leute. Willkommen zurück. Und ich habe gute Neuigkeiten. Das ist jetzt Play XXL Staffel von Roblox. Wird vielleicht bald gestartet. In etwa 4-5 Tagen. Könnte es schon soweit sein. Ich muss erst mal vorproduzieren. Und weil bald ist mein PC da. Und hoffentlich funktioniert es diesmal. Ja, letztes Mal ging es leider nicht mit dem PC. Hoffentlich dieses Mal. Müsste aber funktionieren. Wenn es klappt, dann kommen auf jeden Fall schon irgendwann Roblox-Videos. Oh, man kann ja nicht überschwingen. Ja, kann man ja nicht wissen, finde ich. Aber naja. Also höchstwahrscheinlich gibt es ein Let's Play in den nächsten Tagen Neues. Nämlich... Hey, was ist das denn? Was ist ein Scam? Ist mal echt... Okay, Leute. Das muss ich euch jetzt mal reinschneiden. Hallo. Ja, jetzt. Ey, das ist neu. Das sieht echt cool aus. Das ist ein bisschen einfacher auch zu kontrollieren, sage ich jetzt mal. Ah, ein Handy fällt mir aus der Hand. Ach, Mann. Das ist schon einfacher zu kontrollieren. Ein bisschen einfacher auf jeden Fall. Aber keine Übersprünge sind da. Ja. Okay, noch drei Übersprünge. Ich hasse euch. Diese Scooter-Dinger hasse ich so sehr. Ich habe so oft jetzt schon Geld bezahlt. Ich habe jetzt kein Geld mehr. Ich habe aber keinen Bock, vor neu anzufangen. Ach, was soll ich machen? Ach, hätte ich nicht einen Übersprung hier noch machen können. Hier ist keiner mehr. Doch da. Ach, endlich. Diese schreckliche Quest gemacht. So. Ist immer noch Luna-Event. Also, ja, ist ja schon noch. So. Okay, ab zum nächsten Level hier. Hier geht anscheinend nur mit... Ach so. 40 Sekunden! Ah, nee. Gefrieren. Okay, das ist trotzdem schwer. Finde ich. Das ist schon schwer. Nicht leicht. Ja. Genau. Ah, ich weiß nicht. Das wird lange dauern. Ach, Mann. Ja, ich mag Aufgaben, die lang dauern nicht. Die lang dauern nicht. Gar nicht. Ich kann nicht reden. Ja. So, Mission beendet. Nein. Ist schon versteckt zurück. Und ja, wir müssen noch sehr viele Aufgaben machen. Die dauern wirklich schon nicht... Also, die sind nicht so... Ja. Ich laufe ein paar Meter. Komm, wir nehmen einfach... Tiefseetaucher. Weil den haben wir heute in dem Part bekommen. Und ich würde sagen, es gibt, glaube ich, noch zwei Parts. Das ist der drittletzte Part wahrscheinlich. Part 16, glaube ich. Müsste sein. 18 Parts habe ich geplant. Erstmal. Vielleicht kommen noch mehr dazu. Ich glaube aber nicht. Mal gucken. Und in dem letzten Part werde ich die ganzen letzten Minions kaufen. Wenn es da noch welche gibt. Einen gibt es auf jeden Fall noch. Zwei, denke ich, auch noch. Vielleicht noch vier, fünf. Mal gucken. Ja, das sollte nicht so lange dauern, die Aufgabe. Also, die können wir ja auch im Video machen. Die sollte nicht so langweilig sein. Also, ich glaube, die sollte nicht so langweilig sein. Warum hat der den... Ja, okay. PX41 ist ja rum. Naja. Und da bekommt man das schneller bei dem, weil er halt besser ist, sage ich mal. Keine Ahnung, warum der hier PX41 hier rum hat. Aber es bringt auf jeden Fall was. Man ist schneller. Mehr Meter macht man. Ja, und wir brauchen auf jeden Fall mehr von dem PX41 hier rum. Aber finde ich gut, dass der das hat. Ja, und immer diesen Weg. Ja. Die Welt ist auch ganz cool, finde ich. Ne. Finde ich echt ganz cool mit vielen Gebäuden im Hintergrund. Ist mal ein bisschen was anderes mit den Gebäuden. Und sehr viele Minions sind die auch. Es ist ein bisschen bewohnter. Das mag ich eigentlich. Ich mag es generell, wenn es bewohnt ist. Ne. Ja. Einmal noch PX41 hier rum. Mein Gott, war es knapp. So. Okay. Jetzt sind wir noch ein bisschen schneller. Aber ich glaube, das schaffen wir noch nicht direkt. Aber fast. Ja, fast. Noch ein paar Mal diese Speeddinger mitnehmen einfach. Da ist man schon schnell im Ziel. Ja, noch ein paar Meter übrig. Ne, ich schaffe mir sogar einfach nur so rumlaufen. Ach ne, die Zellen ist nicht ein Meter. Was denn? Die letzten Meter laufen und Mission beendet. 250 Meter auf dem Mond. Ich glaube, das ist eine sehr langweilige Aufgabe. Mit dem Opa. Ja, ich werde gleich ein bisschen vorspulen. Für euch. Ja. Wie fandet ihr eigentlich das letzte Thumbnail? Ich fand das richtig lustig. Ja. Ja, ist nichts Besonderes eigentlich. Ich warte einfach ein bisschen. Die Aufgabe war so schlimm. Leute, die Aufgabe war richtig schlimm, Alter. Das hat dir für 10 Minuten gedauert, die Aufgabe zu machen. Richtig nervig auf jeden Fall. Das ist wirklich... Puh. Die Aufgabe will ich nicht nochmal machen. Die mache ich nicht nochmal. Nein. Ja, ich kann es trotzdem machen. Aber ich habe ja das Einhorn nicht. Oh, okay. Das spawnt auf jeden Fall manchmal. Oh mein... Das ist cool. Ey, das ist echt cool. Das ist richtig cool. Okay, wir haben... Hä? Es geht... Es zählt nicht? So, Leute. Irgendwie... Ich komme nicht mal weiter hier. Und ich glaube... Oh, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr darauf, wieder irgendwas zu sammeln. Plüsch, Einhorn, Karl. Pirat und Jerry gehen nur. Oh mein Gott. Das ist wirklich nicht leicht zu bekommen. Wow, eine Gratis-Box. Toll. Und ich habe fast gar keine lilanen Münzen mehr. 130. Was gibt es hier drin? Ich bräuchte diesen Berry oder so. Ja, Leute. Ich komme nicht mal weiter. Ich glaube, das war es. Wir können ein... Warte. Warte. Okay, jetzt spiele ich anscheinend mit Jerry. Ja, ich bin mit Jerry. Ich muss das anscheinend sogar dreimal verwenden. Das ist aber echt nervig. Jerry, Jerry, Jerry. Ja. Das ist echt blöd. Schauen wir uns das einfach nochmal an. Okay, er dauert ein bisschen... Na, egal. Ich glaube, er ist ausgeliehen nur... Keine Ahnung. Ja, also kommen wir doch weiter, ne? Ein bisschen. Ich würde euch das einmal gerne anzeigen. Zählt das jetzt als Verwenden wahrscheinlich wieder nicht, ne? Aber es ist ja eigentlich schon ein Verwendungs-Dings. Aber zählt hier jetzt nicht. Finde ich echt blöd. Okay, jetzt machen wir das Bücheinhorn. Das zählt jetzt, oder was? Ja, toll. Aber das ist schon cool mit dem Bücheinhorn, muss ich sagen. Ja. Okay, das letzte Bücheinhorn. Ja, ist ja schon beendet. Okay, sehr interessant. Okay, Leute. Eine Mission würde ich noch sagen heute in diesem Part. Ja, dann sind wir schon ein bisschen vorangekommen, muss ich schon sagen. Ja. Ja, wir sind schon ein bisschen weiter. Okay, das sollte nicht so schwer sein. Nehmen wir mal hier wieder den Tiefseetaucher. Let's go. Ja. Es ist nicht der letzte Part, Leute. Auf jeden Fall nicht. Aber noch ein, zwei Parts mache ich auf jeden Fall. Also wie gesagt, 18 Parts. Habe ich euch gesagt. Und wird auch wahrscheinlich jetzt so sein. Genau. So, Leute. Ja, herunter. Noch acht Stück. Jetzt noch sechs. Ja, sechs. Fünf. Ja, noch fünf Stück. Ja, die Aufgabe hat ein bisschen gedauert. Aber jetzt noch... Ach, nö. Och, nein. Ehrlich, ich bin hier von gar kein Fan. Das mag ich wirklich gar nicht. Also, das nervt mich eher. Du willst eine Aufgabe beenden, auf einmal kommt das. Es ist so nervig. Wow, du kannst Bananen verdienen. Toll. Wofür brauche ich Bananen? Außer für Kapseln gefehlt. Naja. Egal. Ich hoffe, das ist jetzt so Ende endlich hier. Danke. Das heißt, die letzten fünf Unterrutscher... Durchrutscher, nicht Unterrutscher. Drei. Uh, hast du knapp. Uh. Zwei. Noch zwei Stück. Eins noch, und das ist der letzte. Mission! Beendet. Ja. Ja, Leute. Wir kommen so langsam zum Ende. In diesem Video. Ne? Es wird bald beendet. Machen wir noch die Festival-Dings ab. Äh, auf. Oh, Magier. Nicht schlecht. Also, das ist Schnorchel und Tanga. Dings können wir auf jeden Fall noch freischalten. Boah, noch zwei Kapseln. Okay. Den haben wir schon. Eis-Dings können wir noch freischalten, auf jeden Fall. Da haben wir noch ein paar epische. Also, zack. Einfach mal epische dazu, Lila. Okay, den können wir, glaube ich, machen. Ja. Den können wir auf jeden Fall machen. Jetzt den feiernden. Feiernden? Egal, Leute. Das war das Video. Lasst ein Like und ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich sage Tschau. Das war das Video.